Heiho Minecraft Freunde, wir kommen bald in zwei andere games, das ist der erste Pad. Wir sind auf der Net Futuristic City und so sieht man es genaus. Wir sind auf dem Hive-Server und wir haben keinen Film im Account. Mein Name ist Junior Penguin. Oh, das ist die eine Sauberbock. Da habe ich zum Beispiel fünf Essen schon weg. So. Ja, okay. Sollte ich die selbe Käste haben wie ich? Und wer war schneller? Ich, genau. Jojo war schneller. Ha, ha, ha. Hey, das ist lustig. Ich habe in der ersten Käste gleich einen stein schnelleren gehabt. Nicht schlecht. Ha, nicht runterfallen. So, dann darfst du die Stamps pro Seite üben. Au. 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 Ich hätte jetzt ernsthaft gedacht, wie schlägt jemand? Ich sehe eine Käste. Ich freue mich noch was zum Essen. Franz war hungrig. Jojo, wenn ich war hungrig. Na gut, sie ist auch nicht schlecht. Dann, 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 dann. Nur noch Schuhe. Also die komplette Röschi. Ähm, aber den wollte ich halt noch. Verstehen? Der kennt sich nämlich, obwohl er gar nichts hat. Der ist komisch. Den mag ich nicht. Das gefällt mir. Schöne Kids hier haben. Das gefällt mir nämlich nicht. Da ist bestimmt da oben eine. Hier. Zwei. Sogar. Zwei nach Schule. Yay. Mal gucken, was da drin ist. Na, Rüstung. Eine Karotte. Da vorne sehe ich ein Schwein. Ich hab die Möp eigentlich ehrlich gesagt noch nichts aufgespielt. Weil, ich bin in letzter Zeit wirklich ehrlich gesagt nichts so dazugekommen. Zu spüren. Ich hatte, ähm, viel, was Ferien jetzt. Zins war. Aber ich bin jetzt beide eigentlich nichts so dazugekommen. Keine Ahnung warum. Ich hatte nämlich zur Zeit nicht so viel Zeit. Ähm. Ähm. Ja. Aber jetzt versuche ich da in einem regelmäßig so weitergännis zu machen. Und. Ja. Keine Ahnung was noch. Wir haben noch einen Stein geführt. Und was schon fressen. Nee, schüss. Wir füßeln ihn mir mal mit. Ich wollte auch nicht die Kuh wegmachen. Aaaaaaah. Noi. Scheiß auf das Leder. Das nehme ich nicht mit. Und schau. Ja. Dann könnte ich vielleicht ein Level zusammenkriegen. Aber ich weiß. Wenn man nicht so großartig da einen Chant-Intelger für mich hat. Das nehme ich nicht mit. No, no. Schade. Okay. Wo sind wir denn hier. Da müsste der, wie wir. Aua. So, kommen wir da nix jetzt gleich wieder zum Spawn oder sowas? Ich erinnere noch, wieviel noch bieten Kributene noch übrig? Hm, boah, da eine Kippe. Goldfert, was zum Essen, ein Knochen. Da hat noch ein Schaf. Ich mag keine Schaufel. Ah, noch ein Schaf. Krasse Schafel. Warum hatte ich Schafel? Keine Ahnung warum ich Schafel hatte. Ohne, ich mag auch keine Hühner. Lol, ich hätte jetzt ein Level. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Enchantment Table wäre, dann würde ich mir meinen Schäden verzaubern. Aber ich weiß nicht, wo der Enchantment. Oder gibt es überhaupt einen? Naja, egal. Noch 6 Beboote. So, suchen wir den Zaubertürf. Ich hab' nicht gepasst hier. Schade. Wenn man so irgendwie hoch geht. Hier geht's da hoch. Kann man hier irgendwie hoch? Nee. Kann man aber irgendwie hoch. Aber wie? Das weiß ich nicht. Hier? Nooos. Oh, die Kräfte hab ich übersehen. Wie viele Steinschwerter ich finde. Schade ich weiter gehen wir auf den Keks. Ich kann es hier. Ein Bahnhof. Nö. 50. Bogen. Hab aber leider keine Pfeile. Achja, und in 50 Sekunden ist der mit. Ich bin wohl da noch Karmelsturm. Das ist ein bisschen gefährlich. Sag ich nicht rein. Würde ich bitte nicht sterben. Aber essen will ich noch was. Ich bin mit einem Steinschwerter. So. Aber zwei Steinschwerter da. Nein, statt das für mich hinzuziehen, krieg ich da auch noch mal Zeit. Laufballon. Ich. Noagelkitt. Und Dark. Schiller. Puh. Leute haben die Erschwert. Vielen Dank. Essen. Oh weh. Er hat ein Bierschwer. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Oh weh. Ich bin leider gestorben. Er hatte volle Eiklosie und ein Bierschwer. Das war bitte. Aber eigentlich eine relativ gute Runde. und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns für nächstes Mal, bis zum nächsten Mal, bis bald!